Da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Tomb Raider, hier in der Rolle von Lara Croft, auf der Suche nach Sam, einer Crewmitgliedin. Oh Mann, das kann hart werden dieses Mal. Und Ross, unser Bekannter, soll hier auch irgendwo sein. Was war das bitte eigentlich in der letzten Folge? Das war schon heftig genug. Gegen so viele Ganoven gekämpft und die geplättet. War nicht einfach, muss man mal einfach sagen. Bergungsgut, kann ich immer gut gebrauchen. Und ich vermute, wir müssen hier lang. Sam ist gefangen genommen. Oh mein Gott, geheimes Grab in der Nähe. Das kann was werden. Shit. Oh Gott. Nein. Gott, nein. Ich hab gleich keine Munition mehr, glaub ich. Wie viele sind das bitte noch? Ein wenig viele, meine Damen und Herren. So, ich muss mich jetzt, glaub ich, hier loslassen, ne? Frage ist wie. Shit. Wie ging das nochmal? F oder E? F oder E? Ach, ich verstehe, was für F oder E. Ich muss da was abknallen. Nämlich das. Oh, Backe. Fängt ja schon mal gut an hier. Selbst ich. Komm mir nicht mehr klar mit dem Spiel. Schrotflinte. Noch eine Opferung. Mein Gott. Was treibt sie bloß dazu? Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Daran glaube ich überhaupt natürlich nicht. Das Ganze soll wohl eine Opferung sein, eine Art Ritual. Um das Ganze natürlich ein bisschen zu verschönern, denke ich. Und vielleicht auch dadurch die Gunst zu erhalten, dass man hier aus dem Lande fliehen kann. Denn das geht ja nicht bekanntlich. Und die haben mich hier erschreckt. Was war das bitte für eine Falle? Unglaublich. Ihr habt es ja gerade selbst gesehen. Das ist heftig. Und Schweine gibt es hier auch. Schweinsteiger. Ich hoffe, hier ist wieder keine Falle. Shit. Mist. Hier gibt es genug Fallen anscheinend. Bergungsgut. Bergungsgut. Wo lang müssen wir eigentlich? Der Weg ist versperrt. Okay. Blöder Schwein. Tut mir furchtbar leid. Aber ich muss überleben. Dankeschön. Ist ja voll Far Cry ähnlich, oder? Auch eigentlich Survival. Aber ich finde, Tomb Raider hat deutlich mehr Survival als Far Cry 4. Okay. Ich hoffe, wir gehen auch richtig. Yep. Wir müssen jetzt geradeaus. und dass das hier so ruhig ist. Das wundert mich. Shit. Bewegung, los! Los! Wir sitzen in der Falle. Umstellt sie! Shit. Wir fangen Besuch. Ich gehe mal einen anderen Weg. Vielleicht hier oben campen. Wäre das was? Komm her! Leide! Du Dreckspenner! Da kommen noch mehr! Hier Popelesser! Oh shit! Oh oh! Shit! Und? Schusskontrolle! Gott! Das sind ein bisschen viele. 16 Munition noch. Nichts da! Stirb! Das glaubt ihr! Oh oh! Fuck! Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Der Typ mit dem Schild ist hinter mir her. Fuck! Wo kommt der schon? Shit! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Da ist er wieder! Gott! Beeilung, Beeilung, Beeilung! Maschinengewehr raus! Los! Sackgasse! Scheiße! Scheiße! Na toll! Shit! Oh Gott! Oh oh! Immer schön im Kreis laufen. Wo ist mein Freund? Hinter mir her, ne? Hier lang. Verrecke! Wo sind noch mehr, Freunde? Wir haben eine AK-47, glaube ich. Ach du Scheiße! Ich glaube, das war's. Heiliger Bim Bam. Hier gibt's ja echt viel Action und die Leute wollen's wirklich wissen. Und nur eine Frau. Das hört ihr ja auch immer wieder. Wir wären ja nur eine Frau. Ist klar. Unterschätzt niemals Frauen. Vor allem dieser Vergleich ist für mich so vulgärisch wieder. Eigentlich voll billig, oder? Finde ich gar nicht gut, wenn man Männer mit Frauen die ganze Zeit vergleicht. welches Geschlecht das bessere wäre. Sowas ist eher Mittelalterzeit. In der modernen Welt sollte sowas eigentlich nicht mehr der Fall sein. Auch nicht hier in der Welt von Lara. Denn wir wissen ja, dass Lara eigentlich eine ganz gebildete Person ist. die auch viel Liebe hat für Menschen, viel Fürsorge und jetzt auch sich für ihre Freundinnen einsetzt, nämlich Sam. Ich glaube, hier muss es auch lang gehen. Kann man das hier aufschießen? Nein, wie soll ich denn hier durch? Heller Stoff kann verbrannt werden. Ich verstehe. Okay, dann wollen wir mal. Es klemmt. Ja, das da oben, ne? Wie soll ich das bitte verbrennen? Der Stoff sieht entzündlich aus. Ja, und jetzt? Oh Gott. Das wird schwierig. Entzündlich. Das kann schwierig sein. Vielleicht kann ich da ja was gegenschmeißen. Einen Moment. Okay, hier geht schon mal nix. So, kurbeln kann ich ja so oder so nicht, ne? Okay. Und was ist oben eigentlich? Einen Moment, das können wir noch aufheben hier. Sehr schön. Genau nachgucken. Ah, ich verstehe. Unseren Bogen und dann natürlich mit den Feuerpfeilen. Geht's? Jawohl. Tatsächlich. Und das ist wohl scheinbar der einzige Weg, da reinzukommen. Feuerpfeile sind echt praktisch. Wer hätte gedacht, dass ich die überhaupt bekommen würde? Einfach nur geil. Infiltrieren sie den Palast. Ross? Backe. Was ist los? Ross? Ist er das? Was ist da hinten? Ich glaube, wir müssen hier runter und ich habe ein ganz mieses Gefühl hier. Wer war dieser Mann überhaupt? Das könnte Ross sein, ich weiß es aber nicht. Oh, ich kann mal kurz aufschießen. Okay, hier ist noch ein Buch. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecke. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze. Einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Für die Sonnenkönige. Also sind das Menschen der Bruderschaft, der Solari. wieder eine wichtige Information von Messias. Der Leader hier, der Bösewicht unter den ganzen Schwachköpfen unter uns hier. Oh, Backe. Backe, 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 Kuchen. Okay. Überall leichen. Ich werde jetzt runtergehen und ich habe das dumpfe Gefühl. Hier kommen auch gleich Gegner. Oh, oh. Muss ich wieder ins Wasser? Nein, oder? Komm schon. Scheiße, in diesem Drecksschlamm. Runter da. Heftig. Oh ja, sofort. Ich komme, ich komme. Ja, hier gibt es aber noch so vieles, was du nicht wissen kannst. Was ist, wenn sich unsere Wege wieder trennen, du Hampelmann? Okay, ich werde wieder meine Feuerpfeile nehmen. Oh, oh. Shit. So, jetzt könnt ihr schön verbrennen, meine Freunde. Verbrennt. Und verreckt. Shit, Dynamit. Und nochmal. Nächster. Shit. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss aufpassen. Oh, ich bin konzentriert spielen. Ach, du Scheiße. Wir kriegen mehr Besuch. Nächster. Ach, du Scheiße. Ich bin noch eine Frau. Ich bin noch eine Frau. Es werden immer mehr. Mann, die Pistole bringt mir hier gar nichts. Ich muss meine AK47 nehmen. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. So viele Granaten und die hast du nicht gesehen. Was wollen die noch schmeißen? Ich bin noch nur eine Frau. Schämt euch. Und das gewaltig. Shit. Dieb getroffen, ne? Es gefällt dir. Nächster. Oh Mann. Ich glaube, da kommen noch welche. Sie versteckt sich. Hol sie raus. Kommt hoch. Ich verstecke mich gar nicht, mein Freund. Ich warte nur. Auf euch. Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf. Dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt. Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommt sie ja damit, über die andere Seite. Okay. Schon unterwegs. Und wieder trennen sich unsere Wege. Finden sie einen Weg zu Grimm. Das kann was werden. Ich sag ja jedes Mal hier in diesem schönen Spiel, dass wir auf uns so krass alleine gestellt sind. Es ist wirklich mega Survival. Und das bestätigt sich jedes Mal mehr von Part zu Part deutlich mehr Survival als Far Cry in meinen Augen. Unglaublich geil. Das macht auch richtig Bock. Ich hätte nicht gedacht, dass Tomb Raider so geil sein würde. Okay. Und jetzt könnte ich theoretisch hier rüber, ne? Shit. Ich dachte, ich könnte hier rüber. Oder? Jawohl. Ich dachte schon, das geht nicht. Und einmal fallen lassen. die ganzen Leichen hier begutachten. Kann alles hilfreich sein. Die gute Lara. Die kann's. Und das finde ich eigentlich bei Frauen generell attraktiv, wenn sie sehr gebildet sind, für Menschen eben Gefühl haben, was ja Frauen generell eigentlich fast alle haben. Aber einige schaffen es dann echt ins Unermessliche. Und das macht die dann schon mega attraktiv. Denn wer will eigentlich eine Frau, die so mega Rumraged oder so? Also gerade auch die Frauen, die 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 ganze Zeit ja, beleidigen und so verbal ganz schön aggressiv werden. Das gefällt mir dann absolut gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Erstmal schön alles begutachten. Dankeschön. Und was ist das hier? Mehrmals aufstemmen. Komm, mach ich mal. Ich kann's ja mal versuchen. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Sieht aus wie so ein Landtag oder so. Oh. Schalldämpfer. Abschließen für EP. Doch wohin geht der Weg? Alarm deaktiviert. Ach, das war ein Alarm. Ich verstehe. Okay. Mal kurz nachladen unsere AK. Das gute Stück. So, und jetzt kann ich theoretisch hier hoch. Schnell weiter. Das muss der Weg, glaube ich, gewesen sein. Dann kann ich von A nach B, von B nach C, von C nach D und so weiter und so fort. Richtig gut. So, und wohin führt der Weg? Was ist denn hier? Bitte. Ach, du Scheiße. Krassanlage. Frachtanlage, hat der Grimm gesagt. eine Frachtanlage. Und rüber. Shit. Die haben uns gemerkt. Die suchen uns. Oh oh. Die Frage ist, wo? Ja, wir haben sie. Shit. Ich wurde entdeckt. Oh oh. Kommen sie schon? Ich sehe hier niemanden. Scheiße. Oh Wacke. Da sind sie hinten. Eins. Jetzt kommt zwei. Und jetzt kommt drei. Shit. Da kommt noch einer. Und er freut sich. Verrecke. Ich glaube, da kommen noch mehr. Oder? Was das? Es gibt genug von diesen asozialen Solaris. Heiliger. Und nun hoch. Da, von wo die Freunde hier von uns kommen. Da sind sie schon. Shit. Okay. Fuck. Fuck. Ach, du Scheiße. Das war gar nicht gut. Dann gehen wir mal hoch. Shit. Da ist einer absolut aggressiv. Aber richtig. Hier oben auch noch einer. Verbrenne, du Missgeburt. Jetzt. Da oben ist auch noch einer. Shit. Ich treffe die ja gar nicht. Okay. Fuck. Oh nein. Unglaublich. Feuerfall gegen den Kopf. Und er lebt immer noch, oder was? Du. Ich muss immer so ausweichen, sonst treffen die mich. Und äußerst konzentriert arbeiten. Denn sonst haben wir gleich verloren. Ihr seht es ja selber. Der eine Fass, der uns hier gerade runterbefördert hat, das war nicht so schön, das Gefühl. Und jetzt gleich rüberspringen. Nämlich jetzt. Warum sollte ich? Kriegst keine Freunde. Verbrennen. Shit. Der Typ hat eine gute Rüstung, glaube ich. Verbrenne. Verbrennen. Das ist ja richtig übel. Okay, ich glaube, das war der letzte. Vielen Dank. Ein bisschen looten schadet nie. Was gibt's hier noch so Schönes? Aha. Ich aber habe das Gefühl, dass ich oben lang gehen muss und nicht hier lang. Aber ich werde es trotzdem mal machen. Um zu sehen, wie es wirklich lang gehen wird. Was ist das hier bitte? Eine Vogelscheuche. Wie cool, wie cool, wie cool. Also, ich muss oben lang. Das ist klar. Beim Frachtchef hier. Oh oh. Und jetzt? Ah, ich verstehe. Hier rüber, glaube ich. Zack. Vielen Dank. Wir sind dann auch nochmal eine Etage höher. Das habe ich ja eigentlich gut drauf. Nämlich von Prince of Persia. Ist eigentlich auch ein cooles Game. Habe ich übrigens auch Let's Played. Ist auch noch auf meinem Kanal. Falls ihr natürlich auch noch Interesse habt auf Jumping Style und sowas, könnt ihr euch das selbstverständlich gerne anschauen. So, und was ist jetzt hier? Untersuchen. Oh, noch was. Ein Item. Okay, allerdings ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt hier genau? Um da rüber zu kommen. Aha, ich hab's. Ich muss höchstwahrscheinlich irgendwie da drauf. Doch, die Frage ist wie. Vielleicht hier unten? Wow. Shit. Das hat wehgetan. Ja, vielleicht kann ich so da drauf. Das könnte vielleicht klappen. Das ist hier nämlich eine Art Kreislauf. Dann kann ich da nämlich rüber. Ich kann's ja versuchen. Okay, und los. Shit. Oder hier. Ich kann's natürlich auch hier versuchen. Komm schon. Und hoch da. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Two-Gradar. und wir sehen uns bei uns. Und wir sehen uns wir sehen uns Vielen Dank.